Ich bin Matthias Pickert, ich bin der Entwickler der Trendfinder-Formula und eine Handvoll weiterer Strategien, die den Markt schlagen. Ich trete seit 24 Jahren zunächst als Eigenhändler, bei einer Bank und heute auf eigene Rechte. Ich war über 15 Jahre Cheftrader bei einem internationalen Broker und zuletzt Geschäftsführer eines Onlinebrokers. Ich war einer der letzten Packett-Trader hier auf dem Hamburger Börsenbruch. Und heute ist das hier meine Maschine für den Erfolg. Hallo, ich bin Wieland Ahl, ich bin Trader und Autor von zwei Trading-Bestsellern. Ich arbeite und lebe auf der ganzen Welt. Zuletzt war ich in Rio de Janeiro, in Buenos Aires und in Mexiko. Und als nächstes gehe ich nach Asien, nach Bangkok und nach Australien. Trading gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit. Ich bin Präsident der International Federation of Technical Analysts, der IFTA, mit Sitz in den USA. Und dort arbeite ich mit den besten Börsenexperten der Welt zusammen. Ich trainiere und bilde Trader in der ganzen Welt auf. Ich bin Jessica Berytsovska, ich bin die Geschäftsführerin von Tradilo. Und gemeinsam bauen wir die stärkste Trader-Community in Deutschland auf. Am 3. und 4. September sehen wir uns live in München. Sei dabei, deine Top-Strategien für deinen Erfolg und treffe unser Team auf dem Tradimo Mastery Lifestyle mit 2022. Wir freuen uns auf dich. Mein Name ist Matthias und ich bin dein Coach bei Tradimo. Und in München bringe ich dir live bei, wie ich trade. Mein Name ist Wieland Aalt und ich bin dein Coach bei Tradimo. In München zeige ich dir, wie ich durch Trading mein Leben in örtlicher und finanzieller Unabhängigkeit aufgebaut habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020